Ich war dabei, von dem 3, also der allererste Band, das ist jetzt der 30. Ich verhasste mich, ich weiß gar nicht, was ich da war. Auf jeden Fall, die 5 Musiker, 5 Musiker hinter uns. Ja, spielen wunderbare Tanzmusik. Hinrich Langelow ist dabei, der es uns ermöglicht, schon seit dem 30. Mal hier immer im Hypergode unseren Tanzabend zu veranstalten. Dann sehen wir noch mal ganz. Achso, ohne Mikro, wir verstehen dich auch so. Ich freue mich drauf, dass wir heute Abend einen ganz tollen neuen Tanz beigebracht bekommen, nämlich den Nordvorkrein. Einige von euch waren schon in den Tanzkurs und heute beim Ball werden wir alle gemeinsam tanzen. Das wird schon sehr gut gefallen. Wir werden noch einen zweiten Tanz, ganz neu heute tanzen, der im anderen Kurs gezeigt wurde, nämlich von Johannes und Richmuth. Und Stefan hat uns publikalisch begleitet. Ein Röntgen, der Schäden aus der Hallorinie ausbildet. Es ist also auch die zweite Gruppe, die hiermit schon angekündigt sein soll. Röntgens Erben aus Dortmund, die haben eine beschwerliche Reise hinter sich gebracht. Seit 11 Uhr auf der Autobahn gewesen kam, erst um 19 Uhr jahre, heute Abend an. Wir haben jetzt noch ein bisschen Ruhe. Wir können tanzen vielleicht vorher. Wir planen mal. Nordvork ist heute nicht ganz komplett. Es fehlen Franziska und Tom und Alex. Die haben ein ganz tolles Event in Berlin. Da sind sie eingeladen. Wir gratulieren. Die gratulieren in unserem alten Namen. Mathis Branschke, ein Kollege. Der ist 30 geworden jetzt. Da müssen wir unbedingt hin. Auch 30. Aber 30 an Jahren. Ansonsten würde ich sagen, lasst uns loslegen. Lasst uns starten. Es sind ja alle anderen da. Genau, Marie an der Kasse möchte ich erwähnen. Klaus an der Technik. Der Markus, der bis eben noch hier saß, stand Sulawitz hier. So, dahinten. Uli. Uli mit Nachwuchts. Klaus hat seinen Nachwuchts zu Hause gelassen. Da ist auch ein Nachwuchts hier von Franziska. Also die nächste Generation macht sich auf die Socken. Auf die Stoppersocken. Lass uns loslegen. Habe ich jemanden vergessen? Lorenz habe ich gegessen. Klaus Lorenz. Ansonsten. Nein. Ansonsten.